Die Natur hat dem Menschen volle Beweglichkeit geschenkt und die Natur hilft, wenn es doch mal Schmerzen gibt. Küttersalbe löst schnell Entzündungen, lindert Schwellungen und stoppt so Muskel- und Gelenkschmerzen mit dem hochwirksamen Extrakt der Beinbellwurzel. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Küttersalbe, die pflanzliche Schmerzsalbe. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.